Und sie macht auch den zweiten rein, sicher verwandelt. So mittlerweile 13 zu 4. Anna Pöschel mit ihrer nächsten Parade und wieder Konter und Steffi Dube, die eingewechselt wurde für Marie Kintzscher, kommt gleich mit ihrer ersten Ballberührung zum Torerfolg 14 zu 4 für Schwerin. Und erneut Anna Pöschel, die von der Linksaußenwerferin der Nummer 7 den Ball ganz sicher hält und jetzt ganz ruhig den Ball ins Spiel bringt und springt wieder über eine Kombination zum Torerfolg kommen möchte. Ja, ein bisschen zu dicht an der Abwehr dran. Daher der 9 Meter für leichte Stoßen. Beide Halbspielerinnen sind heute noch nicht so richtig in Fahrt. Die Julia Kluth ein bisschen behäbig, zögerlich. Roda Wenklet für den ersten Versuch. Und wieder zwei Minuten Strafe für die Nummer 17 von Berlin. Und erneut 7 Meter. Kerstin Felkel tritt an gegen Anne Polchow. Und Anne Polchow hält ihren ersten 7 Meter. Er war auch nicht wirklich gut geworfen. Kann man deutlich besser machen. Das geht mir fast schon zu schnell. Technischer Fehler von Berlin, dann der lange Pass und wiederum technischer Fehler von Schwerin. Somit gleiche Ausgangsposition 14 zu 4, Berlin im Angriff. Und erneut technischer Fehler, Schrittfehler angezeigt. Habe ich genauso gesehen. Jetzt wäre die erste Stelle Vorwärtsbewegung. Schlechte Passauswahl. Also somit auch hier wieder ein technischer Fehler. Und wir haben jetzt schon eine ganze Menge technischer Fehler. 10 auf Berliner Seite, 8 auf Schweriner Seite. Kann nur besser werden. 7 Meter 2 Minuten. Habe ich genauso gesehen. Nummer 18, Tini Schröder, muss für 2 Minuten vom Platz. Und wieder Susi Grimm im Tor zum 7 Meter gegen die Nummer 15. Gegen Valeria Thomas. Und auch der zweite sitzt nicht. Sie scheint heute eine Aura zu haben, um die 7 Meter rauszuschauen oder rauszunavigieren. Bleibt abzuwarten, ob sie weiterhin erfolgreich bleibt. Joda Wenck mit dem Wurf versucht, der gut gehalten wurde. Konter von Berlin und die Nummer 19 schießt ab und macht den Anschluss zum 5 zu 14. So, guten Tag Will, Sauer! Dann auch mal 15.45 auf 15.45! Applaus Und es führt sich weiterhin vor, technischer Fehler hüben wie drüben, obwohl ich Schmriegen gar nicht nervös sein müsste. Die spielen klar fünf gegen sechs in Unterzahl, aber die sollten eigentlich mannschaftlich geschlossen sein, um auch dieses Problem gegen sechs Berlinerinnen zu lösen. Schwerin ist voll und ich sehe mit der Nummer 34 Jennifer Kriegermann jetzt im Spiel auf der Linksaußensposition für Tini Schröder. Und wir passiv im Spiel angezeigt von den Torhütern. Guter Wurfversuch von Julia Kut, der bleibt am Pfosten hängen. Somit kein Tor. Es führt sich fort, technische Fehler, wo man hinschaut. Da kann man keine Spielerin ausnehmen, jede Spielerin hat hier gerade, die auf der Platte steht, schon einen technischen Fehler produziert. Das muss einfach weniger werden. Und der nächste technische Fehler, Fehlpass und ich sage es nochmal, wieder ein Fehlpass. Wenn man merkt, dass das nicht funktioniert bei den langen Pässen, sollte man sicherlich über die Möglichkeit des direkten Passes, Kurzpasses gehen und dann vielleicht in die zweite Welle zu kommen, als in der ersten Welle den Ball so leichtfertig zu vergeben. Und die Nummer 3 macht sich das zunutze, dass die Abwehr noch nicht positioniert war und verkürzt zum 6 zu 40. Und das ist eine große Herausforderung. Ja, Kerstin Felkel arbeitet jetzt durch im 1-1 und zieht die 2-Minuten-Strafe wiederum für die Nummer 17, die jetzt beim nächsten Mal eingreifen und schon aufpassen muss, da sie jetzt vorbelastet ist mit einer gelben und 2x2 Minuten. Das heißt, beim nächsten Mal darf sie leider nicht mehr mitspielen. Wendy Künstlerin nutzt die Möglichkeit über den 7-Meter und macht das 15 zu 6. Nummer 15 hat Blut geleckt, glaube ich. Einfach hoch gestiegen, Abwehr war noch nicht positioniert. Noch nicht vor mir, dementsprechend schläfrig, die Arme waren noch nicht hoch zum Block. Und somit also ein leichtes, dort von der halb linken Position aufzusteigen und den Ball einzunetzen. Und kommt im Gegentor Steffi Dube über die Rechtsaußenposition erfolgreich zum 16 zu 7. Passives Vorwarnzeichen, Zeitspiel angezeigt, gut gelöst von der Nummer 10, die eine kurze Sekunde die Unaufmerksamkeit von Steffi Dube nutzt und am 1-1 dann erfolgreich ist. Und Kerstin Fäckel mit dem Fehlversuch. Und nächster Torerfolg für Berlin, die Nummer 7 hier erfolgreich zum 16 zu 9. Jetzt hat Schwerin noch genau 40 Sekunden Zeit, bis es in die Halbzeitpause geht, um den Torhochvorsprung wieder auf 8 zu vergrößern. Das klappt nicht, Oda Wenk mit dem Lattenkracher. Nochmal Ball abgefangen und wieder sind immer noch 15 Sekunden. Und sagenhaft, Benni Künzl mit einem Notwurf von gut 13 Metern trifft hier zum 17 zu 9. So, wir melden uns natürlich standesgemäß hier zum Halbzeitergebnis Sporthalle an der Reifahrbahn, genannt die Hölle. Erste Halbzeit haben wir von der Hölle noch nicht viel gemerkt, aber Sie können mit mir mal gemeinsam an die Anzeigetafel gucken. Das Ergebnis ist eigentlich klar. 17 zu 9 führen hier unsere Mädels von Grün-Weiß-Schwerin. Füchse Berlin, hier die zweite Mannschaft, hat hier eigentlich gut begonnen. War auch kurz in Führung, dann war es doch sehr zerfahrend. Es gab einen Haufen Fehlabspiele, viele sicher verwandelte 7 Meter. Ergebnis ist jetzt das Halbzeitergebnis, 17 zu 9. Können wir eigentlich zufrieden sein, wenn jetzt noch mehr Stabilität reinkommt und die Füchse Berlin auch noch vielleicht nicht stärker werden, dann sieht es heute eigentlich am Samstag, 16.45 Uhr, weil es ja ein Nachholspiel ist. Sonst haben wir ja Sonntags- und Heimspiele. Also, da sieht es gut aus für ein Ergebnis, für einen Sieg für die grün-weißen Mädels. Und das würde bedeuten, unter Umständen hier heute auf Platz 2 zu kommen. Und der Gegner, die Füchse Berlin, würden auch dann schon abrutschen auf Platz 5. Das müssten wir uns dann nachher nochmal oder später in der Tat... Das war es erstmal hier zur Halbzeit aus der Sporthalle an der Reifahrbahn, genannt die Hölle. Und die Hölle kann sie heute noch werden. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, die Halbzeitpause ist vorbei. Beide Teams wieder da. Schiedsrichter momentan. Ich sehe sie nicht. Also warten auf die Schiedsrichter. Dann geht es wieder los, die letzten 30 Minuten heute. Wir hoffen, dass die Schwerinnerinnen genauso weiterhin erfolgreich nach vorne spielen und gewinnen. Weil mit einem Sieg gegen die Füchse Berlin sichert man sich den Platz 2 in der Ostsee-Spray-Liga. Was ist heute noch passiert hier bei Grün-Weiß? Die weibliche D-Jugend 2 verliert gegen Blau 13 zu 21. Die weibliche Jugend C spielt gegen Wismar und gewinnt 28 zu 15.